ok also der heißt hier hat aber nicht so große augenbrauen ach da also bitte seit aggressiv jetzt wir machen nur ein kleines menschen sammeln wir buster ok 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 also bitte geben wir gas ja geben wir gas und irgendwie scheint er mir sehr sicher zu sein scheiß drauf ja so machen wir den plat ja ich weiß nicht türkei oder so keine ahnung wer ist das ja das ist der echte so gas geben das geht das der schauspieler alle zusammen alle zusammen von anfang an ja das ist der echte man hier 1,5 million schauspieler das ist der echte das ist der echte ach so er ist aus kazakhstan okay okay ich dachte das würde so gas geben wir haben das dreifache sehr schön ja ist der echte ich weiß es mir doch egal man von mir aus kann aus plastik sein also tippen 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 und gas geben ja Ja, jeder Set kommt beim YouTube-Brother-Fakist-Arreville. Das ist der. Fake-U-Hök. Nein, Doppelgänger. Ich kenne ihn aber schon. Aggressives Teilen, Leute. Türkischer Schauspieler ist ja ein Läser. Aggressives Tippen, Leute. Egal, Mann. Wir haben schon so viele Prominenzen zerfetzt. Äh, Spezialmu. Ja, der ist Millionär. Der sitzt ja nicht schlecht. Äh, das ist mein Cousin. Okay, ja. Also, gehen wir Gas, gehen wir Gas. Lass uns das, lass uns einen großen Abstand haben, liebe Krieger, ja? Sauna nach Training gut, nein. Oh, oh, mal drei, mal drei, mal drei, oh mein Gott. Mal drei. Er ist kein Taussspieler. Schatz, ich will so viel essen, ich hab euch nichts gegessen, dass ich kotze. Ja, weil ich in diese Schüssel, oder? Hansa, vielen, vielen Dank. Schön, dass du da bist. Lass uns Booster holen. Wir haben drei Runden. Best of three. Best of three. Nein, fragt ihr ihn doch. Nein, der will. So, bei mal drei aggressiv reinballern, ja? Ich hab lange keine Matches mehr gemacht. Ich hab mich nur auf euch konzentriert. Ja. Ja, jetzt machen wir das. Ja, was. Best of three, genau, genau. Mit Doppel-I, ja? So, gleiches mal drei. Gleiches mal drei. Gleiches mal drei. Schatz, der Wasserkoch hast du in meinem Kopf drin. Kannst du dir da irgendwie rausgucken? Ja, so, jetzt, jetzt, alles mal drei. Jetzt, 24 Sekunden. Highbike, guck mal, jetzt kommt mal eine kleine süße Armee. Highbike, vielen, vielen Dank. Dankeschön, mein Schatz. 19 Sekunden noch. Bezo, Dankeschön für diese geilen Krabben. Oma, Oma. Ja, Stumi, vielen, vielen Dank. Stabines Wissen. Oh mein Gott. Wow. Oh, Hamza. Ja, Hamza, Mann. Hamza Herzchen, ja? Scheiß auf die Nachbarn. Zwei Sekunden noch. Hamza. Thank you always. Dankeschön, schnakel. Vielen, vielen Dank. Dankeschön, ja? Dankeschön. Instinkt, wieso ein schnakelst da? Ja, betrunken gerade aus der Werkstatt gefallen? Ja, bitte, ja? Oh, vielen, vielen Dank. Dankeschön, Instinkt. Danke für diese hässliche Ente, ja? Wir haben drei Runden. Seid sparsam, ja? Ich tippe acht Milliarden Mal. Exxon, vielen, vielen Dank. Danke, mein Schatz, ja? So, eine Minute und knapp 30 Sekunden. Zieh den Schauspieler ab, ja? Was geht, Coach? Domi, mitten ein Gespräch im Match. Wie soll ich das machen? Er grinst gleich. Da kommt bestimmt was. Ja, ja. Aber wir spielen drei Runden. Drei Runden. Drei Runden, ja? Jawus, vielen, vielen Dank. Dankeschön, ja? Wow. Heftig, Hamza. Ja, ja, alle Hamza Herzchen, ja? Macht das Plus bei Hamza weg, ja? Bei unserem Hamster. Hamza, vielen, vielen Dank, mein Lieber. Ich will dir sehr vieles haben. Top Roboter, nämlich genau neben Ihnen in der Küche. Der hat starke Leute. Ich weiß, ich weiß, ja? Aber wir sind jetzt stärker. So. Nur böse... Der Grins war das Sucuk gesehen. Nee, Kim Salam. Kim Salam. So, Hamza, Hamza, Hamza Herzchen, ja? Alle Hamza bitte räumen. Vielen, vielen Dank, Hamza. Ähm... Wo ist Dino? Dino ist wieder da. Dino ist wieder da. Äh... Er hat nur Witz gesungen. Er hat gesagt, danke schön. Vielen, vielen Dank. Die werden steigen. Ja, jetzt hat er auf einmal ein Booster drin. Come on, it's turn over game, brother. We would leave two round win. Ey, komm, 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 komm. 18 Sekunden noch. Er hat 10k mehr. Er hat 10 Sekunden noch. Komm, 10 Sekunden noch. Das war nicht umsonst. Sie werden so 45 machen. 5 Sekunden noch. Komm, 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 komm. Oh, nein, nein. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Nein, nein. Also, Hamza, vielen, vielen Dank. Stabiles Wissen. Dankeschön, mein Schatz. Ja, dein Geschenk ist untergang. Martin, Star, B, so stark. Apple-User Michael, ja, Wuss, vielen, vielen Dank. Again win. Dankeschön, ja, vielen, vielen Dank. Scheiße, Mann, ja. Ich weiß, dass wir eingeschlagen sind. Oh, brother. Ey, kacke. Okay, one round again? Yes. Second round. Also, wir spielen Best of Three. 1-0 für ihn, ja. 1-0 für ihn, scheiße, Mann. Der Typ ist, nein, kein bekannter Schauspieler. Everyone, it's last round for the win. We need two rounds, okay, guys. Okay, also, wenn er jetzt noch einmal gewinnt, hat er alles gewonnen, ja? Please, please. Okay, 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 okay. Jetzt nochmal gleich auf, ist alles klar, ja? Thank you, gentlemen. Ja, normal, der Graue. Du weißt gar nicht, Mann. Häuser wurden bezahlt. Sinan, hei, brother. Er hat Fokal-Wand. I believe you, brother. Und jetzt, diese Runde, meine Krieger. Ich hoffe, wir gewinnen sie. Alle zusammenhalten. Wenn er die Runde gewinnt, hat er alles gewonnen, ja? Äh... Er hat aufgeholt in den letzten... I believe you, this round. Sinan. We need this round win. Scheiße, Mann. Scheiße, Mann. Scheiße, Mann, ja. Ach so, Stitch, bitte ruf alle zusammen. Ja, ruf alle zusammen. Äh, so hat er auch 420 Zuschauer im Moment. Okay, ist kein Problem. Kommt. Sarah ist da. Schön, dass du da bist, Sarah. Gleich mal drei. Sarah, wir haben die erste, äh, die erste Runde haben wir verkackt, ja? Stitch, vielen, vielen Dank. Also, diese Runde müssen wir gewinnen. Er darfst das nicht gewinnen, ja? Ja, wir lassen Türken nicht gewinnen, ein Sport. Fireperson, fireperson. Ah, Stitch, kann ich... We are playing through the round. First round, I will win. Dankeschön. One round, I need. Einmal drei, alle Gas geben, alle Gas geben und nicht immer nur einen alleine, ja? Sondern, äh, zusammenhalten, ja? Zusammenhalten, ja? Zusammenhalten, so. Okay, okay, Stitch, vielen, vielen Dank. Jetzt, alles mal dran. Alles mal drei, ja? Oh, viel Interessant. Dankeschön, mein Schatz. Danke. Dankeschön, Mann, ja? Vielen, vielen Dank, stabiles Wissen. Vielen, vielen Dank, ja? Dankeschön, dankeschön. Biso, danke. Danke, ja, geil, ein Bär auf Crack, vielen, vielen Dank. Apple User, dankeschön. Also, wir müssen jetzt Respekt haben. Sie sind stark. Danke, Jack, muss ich sagen. Noch Zeit, das ist wirklich los. Wow, Instinct, ha, ha, ha. Sehr schön. Wow, 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 wow. Come on, brother. Highbike, dankeschön, Instinct, wie selbst. Vielen, vielen Dank. Er ist wieder zurück. 17 Sekunden haben wir noch. Ja, 17 Sekunden. Er hat... Oh, Hamza! Wuhu! Haha, Hamza, danke schön, mein Lieber. Hamza, Biso, viel, vielen Dank. Sechs Sekunden haben wir noch. Sechs Sekunden haben wir noch. Alter, die müssen zwei Löwen reinballern. Egal, egal. Wenn er einen Booster hat, kann das vielleicht auch was werden, ja? Ich habe Boxhandschuhe. So, Marco, nein, hast du nicht, ich kenne dich nicht, ja? So, okay. Zwei Minuten und 30 Sekunden. Ich hoffe, dass er keinen Booster hat. Ich hoffe. So, die Runde müssen wir gewinnen. Die Runde müssen wir gewinnen. Best of three, was bedeutet das, ja? Also, wenn ich 2-1 habe, wann habe ich gewonnen? I don't want to miss. Haben die immer, die gewinnen immer am Ende. Achtet darauf, immer am Ende, immer am Ende. Ja? Bereitet euch darauf vor, okay? Und bei ihm stimmt das wirklich, ja? Also, alle Klickern, Schiff, Massagepistolen rausholen. Er, niemals, ballert bei ihm jemanden Uni rein. Niemals. Ich habe keine Booster, mich kennst du nicht. Universum. Teil den Film, teil den Film und tippen, 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 ja? Sehr spannende Runde und Kasselass, die Zeit geht nicht vorbei, wenn das so spannend ist, ja? Oh mein Gott, oh mein Gott, ich verwandle mich in Dela! Weiter, weiter, eine Minute 30, nicht? Nicht schlafen! Auch Kleinvieh macht Mist! Immer ein bisschen Holz reinwerfen, ja? Und Feuer? Er hat über 1000 Leute. Ey, vallaha, ich sage, bis dahin, bis dahin, bis dahin. Okay, wir sind eine kleine, starke Armee, ja? Ich sage, wir lieben dich, danke schön, Zendemmer. Vielen, vielen Dank. Die meisten sind das Gefängnisinsassen, die schreiben, ich liebe dich, ja? Der hat 1000 Zuschauer. Ja, ist doch egal, mal! Scheißegal, ja? Sarah, vielen, vielen Dank. Dankeschön. Und jetzt, in den letzten 30 Sekunden, aggressiv sein. Komm, schaffen wir 60K. Wir schaffen über 60K. Ja? Sagen wir mal so, 64K. Weil dann müsst ihr theoretisch zwei Löwen reinballern, ja? Das ist jetzt krank, das wäre krank. Hi, Mike, Dankeschön, mein Lieber, vielen, vielen Dank. Ja? Und lass uns ein paar Booster abgreifen, ja? Ja, so. Ja. Mann, er sieht aus wie ein Passfoto. Keine Mimik, gar nichts, Mann. Ja? Guck mal, wir haben so wenig Follower. Er hat 1,5 Millionen Follower. Und wir putzen ihn gleich, ja? Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, los, meine Krieger! Ja, ja, ja! Ja! Okay. Oh nein, die Namen sind weg. Vielen, vielen Dank, Schubi, Hamza. Wer war noch dabei, Schnarke? Alle, ja? Alle, alle ein Herzchen rein. Machen wir Party, okay? So, wir haben mich fertig gemacht. Ja, also. Jetzt, letzte Runde. Habe ich jetzt gewonnen, wenn ich diese Runde gewonnen habe, Domi? Wenn ich diese Runde gewinnen, dann habe ich gewonnen. Aber warum? Du kannst wieder spielen oder nicht? Nein, nein, nein. Wir haben zwei Runde gewonnen. Jetzt scoren 1,1. Finale Runde. Ah, okay, okay, okay. Okay. Er hat Nebel bekommen. Scheiße, Mann. Was haben wir noch bekommen? Was haben wir noch bekommen? Was haben wir noch bekommen? Alle tippen, 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 ja? Alle, die Hart 4 bekommen, tippen. Der Rest reindonnern. Wir müssen immer mehr haben als er, ja? Letzte Runde. Wenn wir die gewinnen, haben wir gewonnen. Letzte Runde. Haben wir Booster bekommen? Haben wir irgendwas bekommen? Nebel nur. Scheiße, Mann. Fetris, Dankeschön, Chef. Vielen, vielen Dank, ja? Danke, dass es dich gibt. Oh, Hamza hat Boxhandschuhe bekommen. Hamza, Hamza, Hamza. Pass auf, Hamza. Was sagst du? Letzte Runde. Was sagst du rein? Oder wer ist mal drei? Love from Pakistan. Ayyavallah, Pakistan. You are the king. Thank you, Frankie. So much. Ayyavallah. Okay, machen wir letzte. Nein, mal drei, sagst du. Zwei Stimmen sagen, letzte drei Sekunden. Ja? Okay, wer ist dann mal zwei? Letzte. Okay, machen wir letzte. Wir haben jetzt mal zwei. Jetzt halt mal zwei. Bei mir funktioniert nie mal fünf oder mal drei. Immer wenn ich diese kleine Highbike. Ich weiß nicht warum. Funktioniert nie. Dankeschön, Highbike. Vielen, vielen Dank. Wir haben mehr. Wir haben mehr. Ja? Wir sind nicht hungrig. Das ist okay. Schmerz nicht. Come on, Jack. Verdoppel dich mal mal zwei. Okay. Also, jetzt ganz ruhig bleiben. Erstmal die Röschen. Wow. Dankeschön, Johnny. Ich kenne dich gar nicht. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Okay, gleich ist mal zwei nur. Nein, Person. Nein, ich kenne dich mal zwei. Ich kenne dich mal zwei. Immer lieber bei mal zwei Boostern, sagt er. Weißt du was, Hamza? Du machst das, was du willst, mein Schatz. Hamza, du machst das, was du willst, ja? So, Ziel erreicht. Wir sind jetzt gleich auf, ja? Wann Booster Hamza? Entweder in den letzten 20 Sekunden oder jetzt bei mal zwei rein. Und jetzt alle Gas geben. Alle Gas geben. Okay, dann mach den Booster jetzt rein. Scheißegal. Mach den Booster jetzt rein. Eywallah. Ja? Okay, und dann mach am Ende. Alles gut, alles gut. Okay, jetzt mach es denn. Es ist völlig falsch, Leute. Es geht nicht los. Ach so, ich dachte schon 27.000. Johnny, danke schön, mein Schatz. Wenn wir die Runde gewonnen haben, haben wir Best of Street gewonnen. Miriam, danke schön, Prinzessin. Apple User. Danke schön. Apple User ist wieder da. Micha, vielen, vielen Dank. Fanatic. Wow. Wow. Oh, Fetress, bitte behalte dein Geld, mein Schatz. Ja, du arbeitest auch hart. Danke schön. Ja, vielen, vielen Dank. Sieben Sekunden noch mal zwei. Sieben Sekunden noch, das kann er locker überholen. Hi Bike, danke schön. Vielen, vielen Dank, ja? Danke schön. Wow, Instinkt. Wuhu. 16 Mal mehr, das ist okay. Wow, Marcel. Dankeschön, Marcel. Ja, alles meine Community. Alles meine Community. Okay. Also, jetzt müssen wir versuchen. Ich bin ein M2. Haben Sie letzte drei Sekunden? Was in den Boxhandschuh rein? Letzte drei Sekunden? Was? Warum haben wir das Tournament-Game? Der ist wie ein Passbild. Der ist wie ein Passbild. Der ist wie ein Passbild, ja? Null, null Emotion, ja? Letzte 30 Sekunden, okay. Letzte drei Sekunden kommt ein Booster, bereitet euch vor, ja? Klar, na, Ebay-Schulden bitte ausgleichen. Kinder, Geld. Kommt man zu dir überweisen, Prinzessin? Du umgekehrt, ne? Ist das ein Big Match? Ja, ja. Aber wir haben, das ist natürlich ein Big Match, ja? So, also, letzte drei Sekunden. Lass ihn ruhig kommen. Also, das ist jetzt kein Talent, das zu überholen. 17K sind jetzt nicht so viel. Handschuhe nur von wo? Wie kann ich anzeiten? Marco, der Top-Supporter, die ersten drei, zwei Top-Supporter, bekommen immer eine Belohnung. Manchmal ist das ein Forz, Mundgeruch, sage ich immer, zu Nebel. Oder ist das ein Handschuh? Ja, mein Schluss bei Krieger. So, Rosen kämpfen gegen Booster. Ja, ja, aber die spielen fair. Er scheint mir ein sehr fairer, anständiger Mensch zu sein. Und ich glaube, seine Community ist genauso, ja? Wie er, ja. Äh, blablabla, du weißt ja, er, blablabla, was man... Hä, alles weg, was ich schreibe. Instinkt, vielleicht sind ein paar Wörter, äh, 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 geblockt, ja? Der Trüb da drüben ist echt langweilig. Nein, Mann, ja? Das ist ein Gast von uns. Da haben wir ein bisschen Respekt, okay? Und das sind ja nur noch die letzten paar Sekunden. Dann, äh, so, jetzt bereitet euch vor. Ja, in den letzten 30 Sekunden, natürlich, wer schwendet, gemerkt mir seinen Namen, ja? Wir haben das erste Mal in den Tournamenten verloren. Herzlich willkommen bei uns, ja? So, so, jetzt, jetzt, in den letzten 30 Sekunden, bei Sekunde 30, geben wir nochmal Gas, ja? So, jetzt, 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 jetzt ist der Booster drin, draufdrücken und ein Geschenk aussuchen. Jetzt ist der Booster drin, draufdrücken und ein Geschenk aussuchen. Wow, Hansa! Ja, ha, 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 ja, Piki! So, jetzt, hier, so macht man das! Schütz, vielen, vielen Dank, Dorf, danke schön! Vielen, vielen Dank, wow! Wow, Hansa! Ha, 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 ha! Hansa, Mann, wer bist du, Mann? Hansa! Instinkt, vielen, vielen Dank! Oh mein Gott, wow, was für ein Feuerwerk, ja, wow, haben sie, alle haben sie ein Herzchen und Schleim bei ihm, schleimt, so gut es geht für mich, ja, Highbike, Dankeschön, mein Schatz, ja, Highbike, man, mit dem schlechtesten Internet, ja, ich weiß, dass du in den letzten Sekunden reinballen wolltest, aber, Dankeschön, Fetress, du hast 1 und 1 Highbike, ja, nimm Telekom oder nimm irgendwas anderes, ja, vielen, vielen Dank, nimm das Wasser. Hallo, Bruder, congrats, congrats, Bruder, thank you so much, thank you, thank you, thank you very much, salamu alaikum, salamu alaikum, salamu alaikum, salamu alaikum, vielen, vielen Dank, ja, wow, was für eine brutale Runde, ja, Coach Frank is back, Schatz, das war so böse, während du da Gurken schneidest, hab ich hier gerade alles zerfetzt, fandst du ihn attraktiv? Okay, hast Glück gehabt, so, ja, ich war nicht da, Tamara, egal, hast sowieso kein Geld, wir haben gewonnen, alle ein Herz hier rein, ja, alle ein Herz hier rein, so, ich liebe euch, ja, so, Marcel, also, echt geile Runde, ja, wer es verpasst hat, Pech gehabt, Lavender, vielen, vielen Dank, Dankeschön, vielen, vielen Dank, wer, so ein Masko, äh, 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 schickt mir die ganze Zeit Anfragen, diese Fitna-Leute, jawohl, sag, ja, ne, tschüss, deine Mutter, deine Oma soll in deine Oma rein, ja, ich lehne gerne diese Anfragen ab, alle ein Herz hier rein, wenn ihr es toll findet, ähm, du guckst einmal falsch nach rechts und sofort wird die Oma, die schon lange tot ist, seit 50 Jahren beleidigt, ja, äh, also, stellt mal eure Fitnessfragen, eure, äh, also, eure Ernährungsfragen, Fitnessfragen, äh, Supplemente-Fragen, ja, was kann man bei Wasser, an, was machen bei Wasseransammlung im Körper, äh, einfach eine Gießkanne nehmen und rausschütten da den Kram, ja, so, guck mir mal, Adi, Adi, alle tippen, 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 schafft mir zwei Milliarden Likes, Adi? Gut, einen schönen Abend, wie geht's dir? Gut, danke, du sagst einen schönen Abend, so, als wenn du dich verabschieden würdest. Äh, nee, 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 ich wollte nur sagen, ich hab dir mal geschrieben und ich hab dir ein Bild von meiner Königskette geschickt, erinnerst du dich noch? Das war auf Instagram und dann meintest du, du würdest sie nur tragen, wenn die 250.000 kostet, weißt du noch? Ah, jetzt weiß ich, ja, 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 nein, ich weiß das natürlich nicht mehr, ich weiß das nicht mehr, weil viele Schmucken geboten haben, ja, und viele... Nee, nee, ich wollte die nur ein Bild von meiner schicken, du sollst die nur bewerten. Nein, ich mag deine Königskette nicht machen, hau auf, Mann, mit diesem... Okay, ich hab dir, ich mach bald ein Video für dich, okay, mit deinem, du hast, du hast mir ja erlaubt, ein Video von dir zu machen, weißt du? Nein, das stimmt nicht, nein, das stimmt nicht, natürlich, jetzt in den Kommentaren... Nein, ich hab einen Grund gesucht, um dich anzuziehen, natürlich, nein, nein, schriftlich wurde es nicht festgelegt, doch, 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 also, äh, Adi, Ja, 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 Coach. Wo ist die Kette? Sie ist bei mir. Nein, wo ist die Kette? Bei mir, zu Hause. Hä? Wo ist die Kette? Wo ist die Kette? Wo ist die Kette, Mann? Bei mir zu Hause ist die Kette. Wo ist die Kette? Bei mir zu Hause. Nee, du willst, du willst lockiert werden, ne? Nein, nein, bitte nicht, ich war schon auf Block, ich war schon auf Block, ich war schon auf Block. Wo ist die Kette? wo ist die kette ach so mein hals meinst du wo ist die kette mit der ich dich durch den dreck gezogen das ist so schlecht man allein zu deswegen über die niemals geschäfte aus diesem grund aber coach oder ein video von dir zu machen du bist ein nein 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 wirklich du bist lachen noch den nächsten tagen ich mag ich nicht immer mich selber lachen coach fitness king coach frankie hat zu tun also du hast jetzt sauerstoff verschwendet für zwei minuten genau genau willst du irgendwie noch organenergie von mir verschwenden hast du noch irgendwas auf der herzen kannst du dich mal oberkörper frei zeigen weil war es noch nicht mehr so ich bin gerade ein bisschen okay willst du warm werden oder was klar hol mir jemand rein hallo tqt hast du eine fitnessfrage tqt stell dir eine fitnessfrage mal lieber so wenn ihr so wie hd unnötig sauerstoff verspenden wollt dann geht ihr auf gastanfrage kommt rein und lacht einfach nur die ganze zeit blöd durch die gegend ihr seid herzlich willkommen alle zusammen ja hd hast du noch eine frage was machst du noch den restlichen tag geht dir nichts an mein lieber hast du noch was auf wer hast du noch eine fitnessfrage mein lieber wenn sonst dann geh bitte raus ja meinst du mich denn ja nee den hinter dir so schmeiß dir mal bitte jemand raus vor dem da soll bei dir rein die modi soll mal bei mir rein also die modi soll mal bei mir rein also den habe ich bis jetzt noch nicht gehört ich habe gehört hochhaus in dir rein tik tok soll in dir rein benni servus guter abend mein lieber sehr vertraut von dir sehr vertraut wie geht es dir scheiße stell dir eine fitnessfrage mein lieber sehr gut ich habe mal eine frage wie wir wie raus mit dir so tippen 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 ist dein job auf hi auf hi guten abend servt ja hallo mein lieber was bedeutet dein profilbild alpha omega anfang und das ende und das zeichen in der mitte ist das christus zeichen also jesus ich bin christ anstrengt mein lieber anstrengt mein lieber respekt ja möge jesus mit dir sein danke danke bruder möge gott auch mit dir sein bei uns heißt er allah ja gott ist gott bruder oder ach du scheiße jetzt fängt das an ach du scheiße das hat noch so eine weile lang übergesagt und pass mich dir an und sagt möge jesus christus mit dir sein wieso kannst du nicht sagen soll allah mit dir sein ja bruder möge allah mit dir sein dankeschön mein lieber ist jetzt deine zunge abgefallen nein nein läuft jetzt irgendein zionist hinter dir her nein nein also mein lieber ich freue mich ich freue mich also ja ich habe eine christliche frage ne ich habe dings frage eine fitness frage gerne los geht's was sagst du bruder zum dieses training dieses training also kurz und intensiv sehr christlich sehr christlich aber nur für sechs wochen würde ich nicht machen würde ich auf dauer machen sondern mich festhalten an christliche sechs wochen alles andere ist zu übertrieben und ich sage immer manipuliert dich selber gestalte schatz tut doch schatz dem wasserhahn und mein ohr rein oder bau das ganze auf mein kopf also guck mal juliano ja möge jesus mit dir sein pass auf ein training gestaltest du verrückt damit du neue reize setzen kannst okay damit du immer dich überraschen katz die meisten leute trainieren 40 jahre immer dasselbe und dann er schläft der muskel ein samuel bitte raus ja aber da gab es ja manche okay ich hab dich verstanden danke es gab auch manche die haben sich von der brücke geschmissen kopfüber auf beton das müsste man nicht machen wir machen das beste daraus zum beispiel du machst ich mache zum beispiel so ich trainiere mal rücken zwischendurch mache ich einfach wo andere pausen machen und auf snapchappen und schulter seite zum beispiel ja so einfach zwei kopf meinst du einfach auf was du lust hast also du setzt neu reize denn der beste muskelwachstum entsteht ohne plan planlos ist der beste plan hallo märisch schön dass du da bist ja aber ich meine lieber wenige gesetzungen dafür intensiv oder mehrere setze gestaltet ist verrückt genau das gespräch darf nicht stattfinden 15 minuten cardio danach fängst du an die ersten 15 minuten ja machst du voll ausdauer also viele wiederholungen wenig gewicht letzten 15 minuten full stack volles gewicht mit drei dein lieblings übung so mache ich das einfach alles in einem workout eine stunde hast du zeit laufen und her gibt gas okay ja so macht so mache ich das und frauen sich das schlimmste was es gibt es so ein plan haben das aller schlimmste was gibt ist wenn ich niklas oder mohammed sehe auf knien und dann sitzen da die ne heftchen schreiben die so hat mich der typ da angeguckt sechs mal habe ich jetzt bizeps kürz gemacht ich muss nach hause ja das ist wirklich das ist das schlimm berliner viel viel dank dank ich kenne mich auch nicht so gut aus aber wenn ich das sehe das ist wirklich katastrophe das war der ausrufe liebes tagebuch ich mache jetzt viermal man wird man du solltest aber aber bruder coach frankie guck mal ich weiß die waren alle auf stoff aber die legenden goldene area mike menser oder arnold schwarzenger ich weiß die waren alle auf stoff ne ja ja aber zum beispiel dieser mike menser der hat nur dreimal die woche trainiert er hat nur halbe stunde trainiert und sah aus wie ein monster aber das weißt du doch nicht du weißt du nicht was er privat macht vielleicht schlägt auch seine frau jeden tag weißt du doch nicht was willst du das problem oder was das stress oder was morgen früh sie wird schon ärger so fühle mich wie am bahnhof hier wird von der seite angemacht so mal lieber hast du noch eine frage ne das war's dann will ich dich auch in ruhe lassen ich wollte nur sagen das beste was es gibt ist granatapfel mit skier und mann immer dachte du sagst jetzt kommt schrecklich streams sind die besten was gibt man die hauptsache nichts gutes über moslem sagen geht schwer bei der lippe richtig schwer verletzt wir sind alle menschen wir dürfen nicht jeden einen topf einwerfen ja richtig 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 wir sind alle menschen das ist alles gleich ich glaube kann unterschiedlich sein aber jeder so wie es sein will aber der beste glauben ist der islam oder mit mir einer meinung oder das ist deine meinung ich meine ich liebe euch christen ich feiere euch ja ja danke bruder bei mir ist auch so es kommt immer wirklich auch auf der sonne an ja richtig es gibt auch christ die scheiße sind die sagen christ wissen ich bin christ die sagen ich bin christ ich glaube und dabei weißt du machen die auch ihre scheiße und sie gucken nicht genau genauso bei muslims es gibt muslims die gute herzen haben aber gibt es auch welche die einfach nur scheiße sind genau so ist das das würde ich nicht sagen nein es gibt es gibt nein du kannst nicht jeden einen topf einwerfen bei uns sind alle top ja alle alle menschen alle ja ausnahmslos ich kenne keinen jetzt der mal ärger gemacht hat oder so oder vorbestraft war oder ist ja bis jetzt noch nicht gesehen wir sind alle lieb also du hast gerade gesagt dass es Christen gibt die schlecht sind ja natürlich ja und dann hast du gesagt es gibt auch moslems aber wie gesagt nö also du hast ja zugegeben dass bei euch ein paar schwarze schäfchen da sind ne paar christliche schwarze schäfchen hoppeln über die wiese das gibt es bei uns nicht ich bin sowieso bald dank der rfd raus hier das sind noch die letzten tage hier meinst du ja ja und du auch du auch ausländer mit deutsch passbeck ja ab in den nächsten flieger und dann sehen wir alle im flugzeug ab in den süd ihr habt keinen deutschen ausweis scheiße ach noch schlimmer du bist du wirst direkt ohne dass sie an der macht sind schon raus kannst du nicht schätzen dass ich irgendwie deutschen ausweis bekommen doch kann ich also ich kenne ich kenne viele sandras und nicoles aus welchem land kommst du denn also meine mutter kommt aus amerika ich hab mal mit karnischen ausweis ich auch das weißt du aber nein ich bin kalifornien schatz hoch mal bitte meinen ausweis aber hier ist doch glaube ich ja zeig dir jetzt zeig ich dir jetzt in your face weißt du aber dann oder iraner hast du was gegen hast du was gegen uns nein und was das bist du wachhalten oder bist du komplett amerikaner ich bin roma sehr gut sehr gut ihr seid ja auch christlich ne ja wo wo aus deutschland kommst du aus mannheim mannheim da wo der komiker herkommt meinst du bin ich persönlich habe ihn nicht gesehen aber ich habe ihn schon gesehen gibt es ein kumpel ich muss wieder in zwei jahren gehen wieder verlängern aber was die mir letztes mal gesagt haben vor fünf jahren oder sechs jahren die haben mir gesagt wenn ich nicht einmal in amerika gehen die wollen mir ausweis nehmen weil ich noch nie da aber weißt du ja noch mal du musst ja ich fahre mal hin ohne dass meine ex-frau das wissen weil sie sonst von weit platzen ich gehe ein bisschen einkaufen dann komme ich zurück aber reicht das wenn ich für eine woche dort hingehen nein zwei wochen zwei wochen und dann können die es nicht mehr nehmen nein mann quatsch ja alle tippen tippen also als amerikaner bist du überall willkommen ja du und ich haben es ziemlich einfach mein lieber du und du und ich mit unserem amerikanischen pass können wir auch auf hawaii weißt du ne ja ich weiß ja man wir können auch in hawaii chillen während weltuntergang ist bald ist ja dritter weltkrieg du und ich chillen dort ich will ihn auf jeden fall nicht abgeben auch wenn ich vielleicht den deutschen ausweis bekommen will ich dann weil man kann man kann dieses jahr doppelte staatsbürgerschaft beantragen dann muss man nicht abgeben den amerikanischen weil ich habe immer so gedanken gehabt oh scheiße ich will den nicht abgeben nein mach dir keine sorgen mach dir keine sorgen ja sonst kommst du zu mir nach hause warst du schon in die staaten ja normal du nicht nein was bist du denn für eine der holt ja noch ein ticket morgen jedoch rüber oder kein geld dazu ach quatsch ohne ausweis bist du frei das kann nur von meinen leuten kommen so mein lieber dann hast du noch eine fitnesswahl ne das war's und danke dankeschön 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 schozo